Herzlich willkommen! Heute beginnen wir mit dem Gesicht des Mannes, der den historischen Erfolg der extremen Parteien bei den Landtagswahlen in Deutschland verkörpert. Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, wo seine Partei fast 33 % der Stimmen erhalten hat. Zum ersten Mal seit der NS-Zeit gewinnt eine rechtsextreme Partei eine Landtagswahl. Höcke bezeichnet das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande und verwendet die SA-Parole alles für Deutschland. Die AfD war am Sonntag auch bei der Wahl in Sachsen erfolgreich. Dort liegt sie auf Platz 2 knapp hinter der CDU. Bemerkenswert ist darüber hinaus der Erfolg der neuen populistischen Partei von Sarah Wagenknecht für Russland und gegen Migranten. Nach der Wahl stellen sich Fragen zum Wahlverhalten in den Bundesländern Thüringen und Sachsen. Mit welchen Ereignissen in der jüngeren deutschen Geschichte lässt sich diese Wende hin zu extremen Parteien erklären? Ein Blick auf unsere Karten. Thüringen liegt in der Mitte Deutschlands, hat nur gut 2 Millionen Einwohner und ist zu einem grossen Teil von Wald bedeckt. Seine größen Städte sind Erfurt, Gera, Jena und Weimar. In Thüringen erzielte 1929 die NSDAP ihren ersten grossen Wahlerfolg. Das benachbarte Sachsen ist kaum grösser, aber bevölkerungsreicher mit gut 4 Millionen Einwohnern. Großstädte sind Zwickau, Chemnitz, Leipzig und vor allem Dresden, das von den Alliierten im Februar 1945 fast ganz zerstört wurde. Sachsen ist im Übrigen eine historische Industrieregion Deutschlands. Sachsen und Thüringen gehörten bis 1990 zur DDR und gehören wie auch der Rest des ehemals kommunistischen Teils Deutschlands zu den ärmsten Bundesländern. Im Osten des Landes ist man besonders empfänglich für zwei Argumente der extremen Parteien, die Ablehnung von Ausländern und die Furcht vor einem Krieg mit Russland. Das Ausländerthema dominierte den Wahlkampf erneut nach der Messerattacke vom 23. August im nordrhein-westfälischen Solingen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben und der mutmassliche Täter ist ein junger Syrer mit wahrscheinlichen Verbindungen zum islamischen Staat. Dadurch flammten die Debatten um die Migrationspolitik der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Aufnahme von fast 1,6 Millionen Asylsuchenden vor allem aus Syrien, Afghanistan, dem Iran, dem Irak und Eritrea wieder auf. Darüber hinaus wird in Thüringen und in Sachsen die Furcht vor einem Krieg ausgenutzt, unter anderem durch die Infragestellung der Unterstützung für die Ukraine seit dem russischen Angriff von Februar 2022. Im ehemals kommunistischen Teil Deutschlands überlebt eine Feindlichkeit gegenüber den USA und der NATO sowie gegenüber einer Wiederaufrüstung des Landes und einem Abbruch der Beziehungen zu Moskau. Angeprangert von den extremen Parteien wird das Ende der Öl- und Gaslieferungen aus Russland, das man für den Anstieg der Energiekosten und die Schwächung der deutschen Wirtschaft verantwortlich macht. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017